Der 21-Jährige Es ist zum Glück das erste Mal, dass ich das machen muss und darf. Die Oberbürgermeisterin ist heute verhindert. Aber es ist auch das erste Mal, dass wir in eine andere Stadt fahren, nämlich nach Langen, um einen zu ehren, der in Frankfurt Zivilcourage gezeigt hat. Ich bin natürlich erschrocken. Ich habe erst sehr spät von dieser schrecklichen Nachricht erfahren. Ich lese normalerweise in den Tageszeitungen keine Nachrichten über Mord und Totschlag. Ich bin natürlich besonders berührt, dass es da auch eine Beziehung hier zu unserer Stadt gibt. Ein 34-jähriger Mann aus Eritrea befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Er ist der mutmaßliche Haupttäter. Ein 34-jähriger Mann aus Eritrea